Die eigene Anstrengung, etwas Positives zu erreichen, trägt nicht seltener zu bei, gerade das Negative zu verewigen. Wo wären wir ohne unser Urlaub glücklich sein? Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte in diesem Video über das Thema Testosteron noch einmal sprechen. Und zwar geht es einmal um eine etwas tiefgründigere Betrachtung der Substitution, auch im Leistungssport. Wer mein Anomitis kennt, der weiß, dass ich mich express des Verbes, also ganz direkt und unmittelbar vorsätzlich, gegen die Administration und gegen die Thematisierung Anabola, Androgen und Steroide und die Aufklärung von Laien ausspreche. Das Thema ist zu komplex. Ich beschäftige mich als Naturwissenschaftler jetzt seit 25 Jahren mit dem Thema Testosteron, Testosteronersatztherapie, Leistungssteigerung von Anabolen, Androgen, Steroiden, Baxum, Sanon, Serin. Und ich komme immer weiter zur Erkenntnis, dass ich wohl als einer der wenigen Naturwissenschaftler und ich mich sehr, sehr tief in diese Thematik eingearbeitet habe. Aber auch ich stoße immer wieder an Grenzen, wo ich sagen muss, okay, so weit wissen wir Bescheid und der Rest bleibt Spekulation. Das wird in der Medizin immer so sein. Doch zunächst zum Thema Testosteron, Substitution. Und welche Berücksichtigungen haben wir vielleicht nicht bedacht oder welche Dinge haben wir noch nicht berücksichtigt. Zunächst mal ist es eines klar, stark und groß und leistungsfähig zu sein, ist die eifersüchtig gehütete Domäne der Fitnessindustrie. Und der Konsum von Anabolen, Androgen, Steroiden scheint hierbei in der heutigen Gesellschaft, wo der Faktor Zeit ein großes Problem darstellt, wohl für die allermeisten jungen Athleten unumgänglich zu sein. Nur, wo wären wir, wenn wir dies nicht wirklich mal auf den Prüfstand stellen würden? Das nächste Mal ist es so, die Betreuung eines Athleten erfordert sicherlich mehr als Line-Athologie. Das ist ganz klar und die ganzen Betreuer, die sich als Coach mehr oder weniger aufschwingen. Hier ist es so, hier muss man sagen, das ist natürlich im weiten Teil Betrug. Diese Menschen geben Wissen preis, das so teilweise nicht stimmt, das vordergründig, objektiv, sogar falsch ist. Im Sinne vom Post-Finasteride-Zentrum möchte ich hier ein paar Gedanken mit euch teilen. Ich hoffe, dass mir das gelingt. Zunächst einmal ist es so, dass wenn ich Anabole, Androgen, Steroide von außen zuführe, dann wird es zu einer Veränderung am Androgenrezeptor kommen. Der Androgenrezeptor und sein Androgen responsibles Element sind im Prinzip sehr wichtige Detektoren. Es kommt gar nicht so sehr auf die Konzentration der Hormone an im Blut, wo ja der größte Teil sowieso an SHPG gebunden ist oder an Albumin. Es sind ja, wie bekannt sein dürfte, nur 2% frei. Und wichtig ist hier zu verstehen, der Androgenrezeptor, der kann je nach Stimulation, wenn viel Steroide kommen oder wenn wenig Steroide im Serum vorhanden sind, kann er dementsprechend seine Affinität, auch seine Suszeptibilität variieren. Es kann zu einer Androgenrezeptor-Overexpression kommen, es kann aber auch zu einer Degradation kommen. Das bedeutet, wenn ich viele Anabole, Androgen, Steroide im System habe, dann wird der Androgenrezeptor sich zurückziehen. Das bedeutet also, es wird zu einer Degradation kommen. Wenn es wiederum wenige Anabole, Androgen, Steroide, Testosteron im Serum sich befinden, dann wird es zu einer Androgenrezeptor-Overexpression kommen. Nehmen wir zum Beispiel Post-Finasterid-Syndrom. Ein Mann nimmt Finasterid mit dem Sinn, mit dem Zweck, seinen Haarausfall, seine Alopec zu bekämpfen. Was geschieht? Finasterid hemmt die 5-Alpha-Reduktase. Wir haben in unserem Körper im Augenblick zwei, die dritte ist noch unklar, diese Enzyme der 5-Alpha-Reduktase. Die 5-Alpha-Reduktase wandelt unser Testosteron in das stärkere Androgen, fünffach stärker, das Dehydrotestosteron-O. So, und jetzt muss man wissen, wenn die 5-Alpha-Reduktase inhibiert wird, dann fehlt unserem Androgenrezeptor natürlich nicht zu 100%, auch nicht zu 50%, aber ein gewisser Teil, 20-30% je nach Dosierung, Dehydrotestosteron. Es kommt also zu einer Overexpression des Androgenrezeptors. Das bedeutet, der Androgenrezeptor wird sensibler, weil er weniger Substrat erbt. Wenn ich jetzt mein Finasterid absetze, nach 1, 2, 5 Jahren, dann habe ich aber immer noch einen hypersensiblen Androgenrezept. Jetzt kommt folgerichtig, nach 5-7 Tagen, nachdem das Finasterid ausgeschlecht wurde, oder abgesetzt wurde, dementsprechend wieder mehr Dehydrotestosteron. Dieses Mehrdehydrotestosteron führt ja, obwohl es ein normales Level wäre, für den Mann, wie vorher auch, zu einer verstärkten Stimulation. Und dieser Androgenrezeptor wird insofern ein hypersensibler Androgenrezeptor. Und der hypersensible Androgenrezeptor führt im Prinzip zu einem negativen autoregulatorischen System, zu einer negativen Rückkopplung zum Hypothalamus. Der Hypothalamus wird weniger GnRH ausschütten und demzufolge der hypophysen Vorderlappen weniger LH und weniger FSH. Zumindest erklärbar, dass sehr viele Athleten oder Männer, die Finasterid eingenommen haben, sowohl niedriges Serum Testosteron haben, als auch niedriges LH und FSH. Man spricht hier von einem tertiären Hypogonadismus. Wenn wir das Spiel jetzt übertragen auf die Testosteronsubstitution oder die Testosterongabe zur Leistungsspeicherung und wir gehen davon aus, dass der Hypothalamus irrtümlich einen hohen Androgenspiegel annimmt, dann ist es folgerichtig logisch und ferner auch erklärbar, dass wenn wir Testosteron nehmen, dann wird es zu einer Degradation der Androgenrezeptoren kommen. Das heißt, der Androgenrezeptor wird sich zurückziehen. Das kann man daran erkennen, dass ein Athlet, der heute 250 Milligramm Testosteron herziert, in wenigen Wochen, um die gleichen Fortschritte, Gains zu machen oder um sich gleich wohlzufühlen, wenn man davon ausgehen kann, wenn wir das mal einfach jetzt naiv betrachten, eine lineare Korrelation zwischen Testosteron und Wohlfühlen und Libido herstellen wollen, dann wird der Athlet schon in ganz kurzen Zeitabständen 500 Milligramm Testosteron benötigen, weil der Androgenrezeptor dementsprechend weniger sensibel ist. Das bedeutet, die Suszeptibilität des Androgenrezeptors wird geringer. Und wenn wir jetzt unser Testosteron irgendwann, was wir im Grunde auch immer absetzen, dann haben wir einen Androgenrezeptor, der dementsprechend wieder sensibler wird. Er wird also deutlich sensibler, es kommt zu dieser Androgenrezeptor-verstärkten Overexpression. Das heißt, ein übersensibler Androgenrezeptor, der führt zu einem stärkeren Signal, zum Verbeteilnis. Und es kommt wiederum zu einer Down-Regulation von GnRH, LH und FSH. Somit wird klar, dass ein Athlet, der jemals von außen Androgene, Anabole, Sterile zugeführt hat, wahrscheinlich aufgrund der Veränderung der Epigenetik am Androgenrezeptor niemals mehr in einen physiologischen, für ihn physiologischen, Hormonaushalt zurückkommt. Denn normalerweise ist es so, der nicht-ligantengebundene Androgenrezeptor ist hochaffin für Androgene. Insofern kann man freilich nicht sagen, dass es besser ist, mehr Androgene im System zu haben. Kurzfristig ja, aber langfristig wird der Androgenrezeptor und das Androgen das prinzipielle Element, das ja ein Transkriptionsfaktor ist. Hierzu muss ich euch erklären, wie funktioniert überhaupt diese ganze Situation mit der vermehrten Gewebsbildung, mit dem Muskelaufbau, mit dem Androgengewebe. Also das Hormon bindet an der Androgenrezeptor. Der Androgenrezeptor ist ein Intrazellulärrezeptor. Also der sitzt nicht auf der Zellmembran, sondern der befindet sich zytoplasmatisch. Und das Steroidhormon kann ja unsere Zellmembran permeieren, also durchdringen. Und somit bindet das Steroidhormon direkt an das hormonresponsible Element. Dieser Androgenrezeptor ist ein Transkriptionsfaktor. Der wandert in den Nukleus, in den Kern und bindet dort an unsere DNA. An dieser DNA, die Sequenz der DNA, die wir transkribieren wollen, die wird abgelesen. Daraus entsteht eine Message, eine Messager-RNA. Und die Messager-RNA wird zurückgeführt ins Zytoplasma. Im Zytoplasma gibt es ein sogenanntes endoplasmatisches Reticulum. Und es gibt auch ein sogenanntes raues endoplasmatisches Reticulum. Das raue endoplasmatische Reticulum wird also für die posttranslationale Biosynthese verantwortlich sein. Das heißt, es werden im rauen endoplasmatischen Reticulum nach diesem Bauplan unsere mRNA-Proteine aufgebaut. Und diese Proteine hemmen den Androgenrezeptor. Das heißt, der Androgenrezeptor inhibiert sich selbst. Das ist ein Autoregulationsmechanismus. Deswegen wird es dir auf, ich sage jetzt mal, normale Weise, normales Training, niemals gelingen, große Muskeln aufzubauen. Weil der Androgenrezeptor sich selbst inhibiert durch sein Transkriptionsprodukt. Noch einmal. Das Steroidhormon bindet an den Androgenrezeptor. Der Androgenrezeptor ist ein Transkriptionsfaktor. Der Androgenrezeptor, Transkriptionsfaktor wandert zu unserer DNA, macht daraus die Sequenz, die wir brauchen, eine Botschaft, ein mRNA, messenger RNA. Es gibt drei verschiedene RNAs. Die messenger RNA ist die wichtigste für das Verständnis. Die messenger RNA enthält den Bauplan für unser Transkriptionsprodukt. Und das Transkriptionsprodukt wird hergestellt hoch im rauen endoplasmatischen Retikulum. Das heißt also, der Androgenrezeptor ist ein Autoregulationsmechanismus. Und teilweise kann es hierzu bei hohen Transkriptionsprodukten zu einer kompletten Stummschaltung führen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du niemals vergessen darfst. Wenn du von außen anabole androgenen Steril hinzuführst, könnte es passieren, dass dein Hormonhaushalt sich nie wieder erholt. Insofern ist auch die Frage nach einem Postcycle wahrscheinlich, so wie ich es verstehe, im Augenblick jahndesköpfig. Denn mit der ganzen Postcycle-Therapie ist der Androgenrezeptor noch nicht quasi berücksichtigt. Und hier müssen wir uns vielleicht auch Gedanken machen, wie wir hier intelligenter vorgehen können. Also das ist ein ganz wichtiger neuer Aspekt, den wir berücksichtigen müssen. Und wir kennen es aus der Postphilasterid-Syndromatik, dass die Gabe von Androgenen oder auch Dehydrotestosteron beim Postphilasterid-Syndrom entweder langfristig nicht zielführend ist oder gar negativ. Und die autoregulatorischen Mechanismen des Androgenrezeptors, die sind bislang in der Medizin komplett unverstanden. Und die Regulation kann auf Transkriptionsebene stattfinden, kann aber auch auf Translationsebene stattfinden oder auch posttranslational. Das bedeutet also, der Androgenrezeptor hat eine viel größere Bedeutung, als wir bislang angenommen haben. Des Weiteren muss man sagen, was ich in mehreren Videos schon erklärt habe, dass auch das Testosteron an den Glucocorticoid-Rezept verbinden kann und diesen dementsprechend abschirmen. Insofern verbrauche ich natürlich für die gleiche Reaktion mehr Cortisol. Es wird über kurz oder lang, wenn andere Faktoren noch mit hinzukommen, wie Übertraining, wie Stress, wie Belastung, wie die körperliche und physische Belastung, führt zu einer gewissen Freisetzung von Chlorcorticoiden, auch auf epigenetischer Ebene, dass wir hier uns im Klaren darüber werden, dass wir wahrscheinlich ein Problem mit unserer Nebenlehre generieren, wenn wir langfristig hohe Dosen von externen Gaben von Testosteron zuführen. Jetzt muss noch etwas anderes anführen. Und zwar, wenn es um das Thema Testosteron geht. Es gibt ja die altbekannte Weisheit, dass Testosteron umgewandelt wird über die 5-Alpha-Reduktase in Dehydrotestosteron. So weit, so gut. Allerdings kann Dehydrotestosteron weiterhin verstoffwechselt werden durch die Hydroxysteroid-Dehydrogenase. Und die macht aus Dehydrotestosteron das Endprodukt, und zwar das 3-Androstenediol. Und das 3-Androstenediol ist ein Androgen, das biologisch nicht aktiv ist. Und das bedeutet also, je mehr Testosteron ich zuführe, desto mehr steigere ich meine Hydroxysteroid-Dehydrogenase. Die 3-Alpha-Hydroxysteroid-Dehydrogenase wird exprimiert. Das bedeutet, wenn ich ein Außentestosteron zuführe, dann steigere ich das Enzym, das Dehydrotestosteron inaktiv macht. Nämlich die Umwandlung von Dehydrotestosteron in 3-Alpha-Androstenediol. Und dieses 3-Alpha-Androstenediol ist biologisch inaktiv und hemmt wiederum mein Androgenrezeptor. Das bedeutet also, auch hier müssen wir uns Gedanken machen, und es ist eine Tatsache, dass ich viele Athleten, auch viele Männer, mit Hormone-Replacement-Therapie kenne, die am Anfang mit der Hormone-Replacement-Therapie gute Ergebnisse haben. Aber mit der Zeit wendet sich das Blatt, und zwar zu ungünstigen Situationen. Das hat zum einen natürlich mit der Aromatisierung zu tun, die ja in allen Fällen stattfindet. Das kommt aber darauf an, wie stark natürlich die Enzyme auf Gewebsebene sind. Also Enzyme auf Gewebsebene sprechen wir zum Beispiel dann von der Aromatase. Je stärker meine Aromatase, die wichtigsten der Leber oder im Gewebe, in spezifischen Geweben, immer unterschiedlich, umso stärker wird natürlich dementsprechend mein Testosteron auch umgewandelt, dann in 17-Better-Estradiol. Aber die Tatsache, dass die Steroid-Dehydrogenase aktiviert wird durch Testosteron, das ist ein neues Faktum. Und ein sehr interessanter Aspekt, wie ich finde, ich bin gespannt auf die Rückmeldung von euch, wie ihr das seht, und ob man da in dieser Richtung vielleicht auch in gewisser Weise umdenken muss, dass hohe Dosierungen von Anabol-Androgen-Steroiden vielleicht Janusköpfe sind und meiner Zielsetzung zuwiderlaufen. Hier müssen wir wieder die Frage stellen, wo wären wir ohne unsere Unglücklichkeit? Also schlussendlich, ich wiederhole nochmal, den wichtigen Aspekt, was wir berücksichtigen müssen. Wir wissen heute durch die Forschung in der Krankheitslehre, also in der Pathologie, über das Post-Philasterie-Zyndrom, dass hohe Dosierungen von Testosteron die 3-Alpha-Hydroxy-Steroid-Ehydrogenase exprimieren. Die 3-Alpha-Hydroxy-Steroid-Ehydrogenase macht aus Dehydrotestosteron 3-Alpha-Andros-Demidien. Und das ist ein inaktiv, biologisch inaktives Antogen. Und somit wird erklärbar, warum Athleten auf eine ganz andere Ebene, obwohl sie Testosteron geben, langfristig mit Libidoproblemen zu kämpfen haben, mit Gynäkomastie vielleicht schon, das ist erklärbar durch die Aromatase, aber die Libidoprobleme. Zur Libidon, zur Erektionsstörung am Schwellkörper, brauche ich Stickstoffmonoxid. Und Stickstoffmonoxid wird in den Penilen, Arteriole, der Corpora, Cabernose, also im Schwellkörper, da gibt es zwei, links und rechts zur Harnröhre, und ein dritter, der aber nicht verhärtet, weil durch den die Harnröhre läuft, dazu brauche ich Stickstoffmonoxid. Und ohne Dehydrotestosteron wird kein Stickstoffmonoxid frei. Das bedeutet also wieder, wir müssen uns doch vielleicht noch mal mehr Gedanken machen über die Thematik Hormonal Basement Therapie und Testosteron im Leistungsspons. Ich denke, hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, aber es zeigt sich wieder, die eigene Anstrengung, etwas Positives zu erreichen, trägt nicht sehr viel dazu bei, das Negative zu verewigen. Sehr viele Athleten nehmen Testosteron mit der Zielsetzung, groß, stark, muskulös zu sein. Sie vergessen aber, dass sie im weiten Teil damit selbst Kastrierung. Bis bald.